Namaste und Namaska. Ein großes Dankeschön von mir an die Teilnehmer der energetischen Anhebung, die mir berichtet haben von ihren Erlebnissen und die teilweise hier auch bei den Kommentaren im Kanal davon berichtet haben. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und es waren wirklich viele Rückmeldungen. Also viel mehr, als hier im Kanal sichtbar geworden sind. Naja, und das liegt daran, dass ich ja sogar ein eigenständiges Formular vorbereitet habe, über das dann eben die Teilnehmer etwas privater von ihren Erfahrungen, von ihren Erlebnissen berichten konnten, denn nur ich gucke in diese Einträge hinein und ich habe mich sehr gefreut, so viele Rückmeldungen dort vorzufinden. Es sind weit über 150 und ja, das hat mir wirklich auch sehr, sehr viele Hinweise gegeben und unter anderem habe ich wirklich den Eindruck bekommen, dass wir einen einfachen, einen leichteren Zugang inzwischen auch haben, zu eben anderen Frequenzen, in denen wir mehr Möglichkeiten haben, in denen wir mehr Zugang haben zu unserem eigenen Potenzial. Und natürlich, wir werden die energetische Anhebung wiederholen. Das steht ganz, ganz außer Frage. Gib mir ein bisschen Zeit und dann wirst du diesen Termin dann auch im Kalender der Weltengeschwistergesandtschaft vorfinden. Dazu noch ein Hinweis. Es haben sich natürlich auch einige beschwert, dass sie keine E-Mail erhalten haben mit den entsprechenden Hinweisen bzw. mit der entsprechenden Segille für die Teilnahme. Das ist leider, leider unvermeidlich. An der Anhebung haben sehr viele Menschen teilgenommen. Es sind sehr, sehr viele E-Mails verschickt worden. Und leider gibt es keine hundertprozentige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass E-Mails auch in jedem Falle ankommen. Wir versuchen diese Qualität des E-Mail-Versandes so gut, wie wir das eben können, umzusetzen. Und das tun wir auch mit einem großen, großen Aufwand. Und die absolute Mehrheit, ich möchte einfach mal eine Schätzung abgeben, 98 bis 99 Prozent haben ihre E-Mail auch sicher erhalten. Aber es gibt eben doch zahlreiche Möglichkeiten, die einen entsprechenden Versand bzw. eine korrekte Zustellung verhindern können. Und zum Teil liegt das natürlich auch an den jeweiligen Konten der Empfänger bzw. an den E-Mail-Providern der Empfänger. Aber wir werden versuchen, das noch mehr zu verbessern. Und vielleicht finden wir auch eine Möglichkeit, hier da noch ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen, was die Zustellbarkeit betrifft. Ich mache mir Gedanken. Ja, und dann gibt es noch etwas. Im letzten Video habe ich ja mit dir über die Heilzauberei gesprochen. Wir haben Sigillen besprochen, die ich zur Verfügung gestellt habe. Zwei Sigillen. Und wir haben über den notwendigen Willenssatz gesprochen, der gebraucht wird, damit du deine Formulierung finden kannst, die sozusagen deine magische Aktivität komprimiert und zusammenfasst. Mir ist aber sehr bewusst geworden, dass dies im aktuellen Status unserer Entwicklung noch ein großes Hindernis darstellt. Es ist nicht so einfach, einen solchen Willenssatz wirklich gut zu formulieren. Und ich habe mir überlegt, was wir tun können, um hier eine deutliche Verbesserung zu erreichen. Und am besten und am einfachsten kann man aus Fehlern lernen. Wenn man noch ein bisschen cleverer ist, dann kann man auch aus dem Fehler anderer lernen. Und ich habe aus diesem Grund ein eigenständiges Formular vorbereitet, mit einer Hausaufgabe für diejenigen, die ihren Willenssatz einfach mal auf den Prüfstand stellen wollen und die einen Willenssatz formulieren wollen in einer angenommenen Situation, der dann durch mich in einem nächsten Video analysiert werden kann. Und dazu kann sich jeder aufgefordert fühlen, da mitzutun oder mitzumachen. Ich habe eine entsprechende Seite vorbereitet, die habe ich hier verlinkt. Das heißt, du kannst einfach über diesen Link auf diese Seite gelangen. Und auf dieser Seite findest du deine Hausaufgabe. Und im Rahmen dieser Hausaufgabe werden drei Magier vorgestellt, die alle bestimmte gesundheitliche Herausforderungen haben und die einen entsprechenden Willenssatz benötigen. Und zwar einmal einen Willenssatz, der in die Richtung führt, ich will etwas anziehen, also beispielsweise mehr Gesundheit. Oder die einen Willenssatz verwenden wollen, ich möchte eher etwas verbannen, ich möchte etwas loswerden. Und diese drei Magier haben alle drei unterschiedliche gesundheitliche Herausforderungen. Und ich möchte dich bitten, für jeden dieser drei Magier zwei entsprechende Formulierungen für einen Willenssatz zu finden. Einmal eine, die verwendet wird, um etwas anzuziehen und einmal eine Formulierung, um etwas zu verbannen. Und bitte schau dir genau an, was die Herausforderung des Magiers ist und gehe auch darauf ein, beziehungsweise finde auch eine Formulierung, die zu ihm passt. Also verwende keine Formulierung, wenn ich bin gesund. Das könnte pauschal möglicherweise eine Idee sein, ob es eine gute ist. Darüber werden wir an anderer Stelle noch sprechen. Aber hier sollst du ja spezifisch auch ein paar Gedanken erst einmal entwickeln, wie du diesen Willenssatz für den jeweiligen Magier optimal formulieren könntest. Ich hoffe, es macht dir ein bisschen Spaß. und wir werden gucken, was da für Ergebnisse zustande kommen. Ich werde mir dann ein paar dieser Willenssätze heraussuchen und werde sie dann hier mit dir und mit den anderen Zuschauern teilen. Das mache ich selbstverständlich anonym. Das heißt, es wird nie jemand irgendwie erfahren, wer hier welchen Willenssatz hinterlassen hat. Also hier gibt es gar keine Gründe, sozusagen, jetzt zu befürchten, dass man sich vielleicht lächerlich macht oder dass es noch nicht so optimal ist. Wichtig ist, dass man das jetzt richtig lernt. Nutze diese Gelegenheit. Und je nachdem, wie viele dabei mitmachen, werde ich selbstverständlich auch nur einige der Willenssätze heraussuchen können, die aber besonders geeignet sind, um entweder als positives oder eher als negatives Beispiel zu dienen, worauf zu achten ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich mehr im Moment über Willenssätze, die noch nicht so perfekt sind, weil sie eben einfach eine gute Gelegenheit darstellen, auf bestimmte Hintergründe hinzuweisen, auf bestimmte Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. Und damit entsteht auch das notwendige Verständnis, was jetzt gebraucht wird. Der Willenssatz ist ein ganz wichtiger Faktor in der Magie. Und hier gilt es wirklich, ein Verständnis zu entwickeln. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich auf diese Art und Weise dir dabei hilflich sein kann, genau dieses Verständnis zu entwickeln. Ich freue mich auf die vielen Willenssätze, die ich möglicherweise bekomme. Alles Liebe. Namaste und Namaskar. Bis zum nächsten Mal.